Ich dachte, das macht man, wenn man von draußen reinkommt irgendwie. Na toll. Na toll. Los jetzt hier. Dann können wir das fotografieren. Das gute Zeug. Oh nee. Na toll. Und dann noch daneben. Nee. Nee. Ich war nicht richtig kaputt gegangen. Das schöne Sparschwein. Wenn wir nochmal werfen. Hier ist unten. Wenn jemand da unten ist. Nein. Haha. Das ist aber schade. Na toll. Du gönst uns. Na toll. Ihr gönnt uns nicht. Ich merke das schon. Nein. Mit Wut hätte ich so gekonnt. Baby. Komm. Aber jetzt ist es. Von mir Körber. So richtig den Alltagstrust mal rauslassen. Ja. Unzubräcklich. Unzubräcklich. Früher war es Potsdamer mehr wert. Ich verstehe es nicht. Was ist denn das? Na ja. Das ist eine gute Idee der Armacher, denke ich. Juhu. Hat geklappt. Ein L drauf. Oh. Hinterhand ist ein bisschen schlecht. So jetzt hier. Hier. Mit Kabumm. Ich habe schon eine Sehnscheidentzündung rechts. Das kannst du heute auch nicht. So dann nehmen wir den Hammer jetzt. Nein. Alle guten Dinge sind 3. Ich muss mal. 7, 8, 9. Du musst mal. Da ist. Toilette ist hier. Das ich? Ja. Was denn? Ne. Das ist auch dein. Probier deinen Teller. Jawoll. Juhu. Wir sind hier. Und jetzt feste. Nur mit zuletzt. Mal gucken. Ja. Echt China. Echt China. Und los. Juhu. Dankeschön. Dankeschön.